Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Dark Souls Remastered. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, das freut mich sehr. So, meine lieben Freunde, wir sind schon wieder in den Dämonenruinen. Ich bin schon zum nächsten Leuchtfeuer gelaufen, nicht mal eine Minute. Ja, wo wir jetzt weitermachen, dann würde ich sagen, legen wir einfach direkt los. Dann hatten wir nämlich noch ein paar Kollegen, da in der Ferne, wo mein Kopf jetzt ist, die wir noch erledigen wollten. Und hier gibt es halt auch eine Tür von einem der großen vier Herrscher. Ich weiß gar nicht, welcher da drin war. Naja, werden wir dann sehen. Also rennen wir jetzt erstmal da runter und prügeln uns da mal durch. Also eigentlich geht es da hinten weiter. Aber ich will noch wissen, was es hier nochmal gab. So mein Freund, ich möchte erstmal wieder nur einen triggern, gucken wie wir uns gegen den schlagen. Wie ist das mit dir? Okay. Eigentlich bin ich gerollt. Ey, jetzt chill mal dein Leben bitte. Und chargst du jetzt. Wo ist er? Da. Kamera. Ja, ich bin schon wieder gerollt, ne? Und es ist nichts passiert. Okay, ich stelle mich gerade wieder selten dämlich an. Aber doch, wir machen richtig gut Schaden. Aber er auch. Alter, wie ich vollgerollt bin, ne? Das ist so ein Witz. Warum komme ich denn gegen den gerade nicht klar? Ja. Jetzt gehen wir hier. Ey, es ist so ein Witz. Was mache ich denn hier? Hä? Ich bin noch gerollt und habe mich trotzdem getroffen. Okay. Reicht mir jetzt. Okay. Warum nicht gleich so? Was gibt's für 1200? Na ja, geht, ne? Ja, 7 Estos verschwendet mit dem Mist. Okay, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich verstehe nicht, wie das mit dem Rollen bei denen ist irgendwie ein bisschen komisch. Oh, nicht getroffen. Sehr schön. Oh, okay. Ja, er haut mich halt einfach komplett um, ne? Und sich einfach in meine Richtung gerät, der Penner. Was ist denn los mit dir? So, das war's jetzt aber. Sehr gut. Okay, so geht's. So geht's. So geht's. Menschlichkeit leider wieder verloren, naja. So, ich möchte jetzt einen nach dem anderen triggern, bitte. Nicht alle. Nicht alle. Den habe ich nicht mal getroffen. Guckst du denn hin? Hallo, friend. Oh, cool. Okay, der war einfach. Liebungschaden hat getriggert. Da ist der Tod. Letzter? Bist du der Letzte? Sieht so aus, oder? Ich dachte, hier waren mal mehr. Drei Mal zuschlagen. Das ist schön. Drei Mal dir auf die Arme geben. Das ist sehr, sehr schön. Tschüss. Okay. Das war einfacher als gedacht. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier ist schon mal nichts. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht gleich verbrenne. Okay, da drüben ist ein Item. Versuchen es. Ah, das war knapp. Große Kriegersäule. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich sterben. Na, wir gucken mal, ob wir da irgendwie rankommen. Voll ruhig hier, ne? Keine Hintergrundmusik, nichts. So, was haben wir denn da? Na, ich werde da sterben. 14.000 Seenopfern. Oh, komm. Was kostet die Wild? Nein, du musst das natürlich auch aufnehmen. Gut, dann renne ich jetzt da nochmal hin. Ohne die Viecher zu besiegen. Hat da die ganzen Teile nach oben, ne? Gelber Peil, blauer Peil, grüne Peile. Hä? Kommen die nur einmal hier, die Viecher? Okay, das macht es ein bisschen einfacher. Ich dachte, die kommen immer wieder. Na gut. Chaos Glut. Damit können wir, glaube ich, wieder den Schmied eine Stufe höher bringen und kommen somit weiter bei den Waffen. Das ist natürlich nice. Ja. Hat funktioniert, würde ich sagen. Jetzt haben wir auch komplett das schwarze Zeug hier an. Jetzt müsste mal Feuerschaden richtig gut sein. Gegen Feuerschaden, was ja hier auch quasi an der Tagesordnung ist. Geil, geil. Gut, dann holen wir noch schnell die Seen wieder zurück und gehen den richtigen Pfad. So, mal eben die Seen wieder geholt. Dann haben wir wieder den Kappa Demon. Ui. Was ist schon immer so hart? Ich habe die gar nicht mehr gehabt in Erinnerung. Auf jeden Fall hält sie nicht viel aus. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ich habe was gedrückt und irgendwie ist dann doch nichts passiert und, ach, keine Ahnung. Weiter geht's. Denn hier sind wir beim letzten Mal, oder was heißt beim letzten Mal? Das war hier das letzte Mal waren, so rum. Nicht weitergegangen. Das machen wir jetzt. Noch mehr Capra Demon. Yay. Wird spaßig. Ist kein Bock, oder was? Schluss bei dir. Na, dann machen wir den ersten halt so weg. Mir doch egal. Ich habe die Pfeile. Muss ja nicht. Zeitgleich gegen Zweikämpfen. Gut, reicht. Na, Freund? So, haben wir. Löscher in der Wand. Na, komm her. Okay, die sind überhaupt gar keine Gegner mehr. Ihr habt mit dem Ultikatana einfach durchgeschnetzelt. Was geht. Ich bin euer neuer Fürst. Aua. Ey, ich bin dein neuer Fürst, habe ich gesagt. Ist ja gar nicht. So, akzeptiere das. jeder war schon mal eine nebelwand und den tod oder fast den tod diese komische feuerspucker ich kenne sie noch da ist er sieht aus wie eine statue mehr davon leiche plündern seelekrieger immer hier ganz so genau kenne ich mich hier auch nicht mehr aus oder was geleuchtet okay das ist nice versteckt die würmchen gibt es ja hier auch noch ich vergaß okay ah lol bonfire okay nice haben wir hier noch seelekrieger ja bonfire gefunden einfach mal so dann würde ich sagen endet diese folge mal nicht mit einem tod was ist das warte kurz noch okay es ist gar nichts äh ja dann endet diese folge mal nicht mit einem tod sondern mit richtig schön progress und damit bleibt mir wieder nichts weiter zu sagen als recht herzlichsten dank bis zuschauen ich wünsche euch einen wunder ich wünsche euch einen wunderhübschen tag und wir sehen uns im nächsten part wieder ne vielen dank haut da rein